So, hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Thema für das Projekt dem Woche von HBZ. Ich hatte jetzt gerade total einen Hänger, aber egal. Wir starten heute mit einem neuen Thema. Das Thema Ostern ist jetzt nur abgehakt. Und wir haben uns das Thema ausgesucht, den Winter verabschieden. Wir wollen nochmal so ein paar Winterprojekte basteln. Und damit ist dann auch für uns der Winter erstmal für die nächsten Monate erledigt. Und jeder, der mit uns mitbasteln möchte, kann seine gebastelten Werke jetzt zum Thema Winter für diese Woche bei Instagram unter dem Hashtag Themenwoche von A bis Z posten. Wir freuen uns natürlich über jeden, der mit uns zusammen mitbastelt. Wie gesagt, wir haben das Thema Winter verabschieden. Bastelt einfach ein paar Winterprojekte und das wäre natürlich richtig, richtig cool. Und ich habe zum Thema Winter eine Memorydex-Karte gebastelt. Und zwar diese hier. Und habe so ein bisschen mit den Magicals von Lindy Stamp Gang rumgespielt. Und habe dann Stempelabdrücke koloriert mit meinen Sägstiften. Und habe dann einfach noch einen Spruch geklebt. Und diese Nouveau-Farben, die dann am Ende wie so Wassertropfen aussehen. Genau, einmal da zwei und einmal da. Die da oben ist irgendwie mehr oval geworden als alles andere, aber egal. Und ja, also wie wir das jetzt so die letzten Tage verfolgt haben, werden das ja immer wieder mehr Beiträge, wo Leute halt mit uns mitbasteln. Und wie gesagt, das Thema Ostern ist jetzt abgehakt. Wir starten jetzt mit einem neuen Thema in die neue Woche. Und ich bedanke mich bei allen, die, oder wir bedanken uns bei allen, die mit uns zusammen mitbasteln. Das freut uns natürlich echt mega doll. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns für das Thema, für die Themenwoche von A bis Z einfach am Mittwoch wieder. Da mache ich dann mit euch zusammen ein Watch-Me-Craft. Ich denke mal, ich bastel mit euch eine Karte. Je nachdem, was mir so einfällt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Seid schön kreativ, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.